hallo alle zusammen die nächste tanki die tanki nummer 82 auch hier gibt es wiederum ein kleines klangbeispiel die gestaltung habe ich diesmal einfach nach meiner fantasie gemacht wie es gerade so kam da ist die eine seite gestimmt die nennt sich smiley die stimmung und die andere stehe ich gerade am schlauch schreibe ich nachher drunter mixolydian heißt die andere stimmung ich glaube das ist die mixolydian diese seite ist dann die smiley stimmung auf 432 herz ist die übrigens gestimmt ja auch hier noch mal kurz man kann die natürlich auch mit den händen spielen ja und auch hier wiederum wer interesse hat einfach bei mir melden oder auf der seite wgw stefans tankis.de da ist diese auch im shop verhältnis erhältlich die e mail adresse yes wie du google mail.com steht drunter einfach bescheid sagen wenn ihr eine tanki haben wollt alles liebe bei Okay also Vai oder Kinder